Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop ist ihre Spezialist für Kräutertee. Die tun dir mir gerade in dieser Jahreszeit doppelt gut. Wie zum Beispiel Pfeffermünze, Kamille, Hagerbutte oder Tee mit verschiedenen Kräutern. Alle in den beliebten Portionenbeutel. Und wenn Sie einen Tee mit 13 ausgelassenen Kräutern wollen, dann probieren Sie so einen Instant-Kräutertee. Einfach 2-3 Teelöffel in ein Glas. Und dann heißes Wasser dazu. Oder auch heiße Milch, wenn Sie lieber wollen. Umrühren. Und fertig. In Ihrem Coop-Laden gibt es jetzt die Kräuter Instant-Tap, besonders günstig. Und zwar den bekannten von Ricola und den von Coop. Bei Coop können Sie eben wählen, zwischen bekannten Marken und dem Coop-Eigenprodukt. Und nicht nur das, Coop hat auch glatte Bekleidungsangebote, wie jetzt die Pulli für die ganze Familie. Sie sehen, in diesen Pulli fühlt man sich so richtig wohl und die Qualität ist angenehm zu tragen. Die Herrenpulli sind aus 70% Acryl und 30% Wulle und es gibt sie in beige und grün. Die von den Kindern sind besonders pflegelicht und es gibt sie in verschiedenen Farben. Damenpullover gibt es in 100% Acryl und sie sind in drei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Achtet Sie auf Plakate an der Coop-Schaufeister. Überall, wo diese Plakate hängen, da gibt es die Pullover zu unglaublich günstigen Preisen. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Die Pullover, die wir Ihnen gerade zeigen haben, gibt es bei Coop unglaublich günstig. Die für Damen und Herren nur 25 Franken, die für Kinder 9,90 und 13,90 und für die ganz Kleinen sogar nur 7,90. Und bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Grossaktion Confitüre. Alle die Midi-Confitüre sind jetzt 30 Krabben günstiger. 500 Gramm Midi-Rösti statt 2.10 Franken nur 1.85 Franken. 500 Gramm Bonjour Pflanzenmargarine statt 2.40 Franken nur 1.90 Franken. 1 Liter Gräbfrüte statt 80 Krabben nur 60 Krabben. Und nur morgen übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop den feine Sultaninen-Gugelhopf für nur 1.70 Franken. Und 500 Gramm von diesen Gala-Frisch-Heier-Teig-Waren kosten nur noch 95 Krabben. Die Angebote gibt es morgen in allen Coop-Lädern. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020